Liebe Beatrollery.de, Leser und User, ich wollte auch noch mal die Gelegenheit aufrufen und euch allen eine frohe Weile. Da habe ich mich auch heute schon ganz passend so angetogen. Ja, ich hoffe jetzt auch alle, dass ich jetzt euren Freunden oder meine Familie und ganz viele Geschenke natürlich. Und ja, wenn man sich auch ein gutes Mal ja nennt, dann noch ein ganz spannendes Jahr. Und ich hoffe ihr seid alle dabei und verfolgt uns. Tschüss!